Die Rapperin könnte momentan wohl nicht glücklicher sein, ihr Schatz machte ihr Ende Oktober vergangenen Jahres einen Heiratsantrag. Nun erwarten die Turteltauben ihr erstes gemeinsames Kind. Erst im April ließ die Bomben nach monatelangem Versteckspiel endlich platzen. Die Freude auf ihr kleines Wunder wurde jetzt aber durch einen Vorfall getrübt, der Vater ihres ungeborenen Sprosses hatte einen Autounfall. Der Gras habe sich am Mittwochabend in Atlanta ereignet, berichtete TMZ. Ein Bekannter des Rappers verriet dem Online-Magazin, dass seinen Grünen Dodke Gallner zu Schrott gefahren habe. Hiari Kendrell Cephus, wie mit bürgerlichem Namen heißt, habe danach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gemusst. Seine Verlobte sei sofort zu ihm geeilt, als sie die Nachricht vom Unfall erreichte. Mittlerweile soll die Klinik aber schon wieder verlassen haben. Der Musiker scheint Glück im Unglück gehabt zu haben. Für bald Mama sicher eine riesengroße Erleichterung. Lange müssen die Eltern in Spring nicht mehr warten, bis sie ihre kleine Prinzessin endlich im Arm halten können. Die 25-Jährige soll mittlerweile schon im siebten Monat schwanger sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.